So, wie das dann aussieht, schauen wir jetzt gleich noch hier. So würde also unsere Datenbank aussehen. Sie würde fünf Tabellen enthalten. Die fünf Tabellen hätten in den Spalten hier entsprechend die Attribute stehen. Und damit wäre unser Problembereich in eine Datenstruktur überführt, mithilfe zweier Modelle. Doch eine recht effektive Methode. Und ganz wichtig, auch die Beziehungen zwischen den entsprechenden Objekttypen sind hier drin abgebildet. Und ich kann also dadurch dann auch wieder Fragen stellen, welcher Schüler hat bei welchem Lehrer Unterricht, in welchem Zimmer ist er zu Gange, um welche Zeit und so weiter.